Birna und Hillecke, der Podcast von Contemporary Brass Music. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Birna und Hillecke hier bei Hillecke's Podcast. Heute geht's um Geld. Hi lieber Georg, schieß los. Hallo Manuel, grüß dich. Ja, so kurz vor Weihnachten sind ja viele Geschäfte am Laufen, viele Weihnachtsoratorium werden gespielt, viele andere Geschäfte und da sind wir draufgekommen, was verlangt man eigentlich für ein Weihnachtsoratorium oder wie viel kriegt man denn überhaupt für ein Weihnachtsoratorium und da sind wir auf das Thema Geld gekommen und da gibt's natürlich viel zu bereden. Es gibt ganz viele Aspekte, die man beleuchten kann und ich denke, wir fangen mal ein bisschen allgemeiner an. Und können dann auch gern ins Detail gehen. Also meine Situation ist, dass ich viel in Profiorchestern aushelfe und da gibt's natürlich auch verschiedene Aushilfssätze. Da kann ich auch später noch drauf eingehen. Die andere Situation ist natürlich meine freischaffende Tätigkeit, zum Beispiel jetzt auch für das Weihnachtsoratorium, was ich auch ab und zu mal spiele oder andere Kirchengeschäfte, andere Orchesterprojekte, freie Orchesterprojekte. Also das ist ein ganz weites Feld und da ist das Thema Geld ein ganz wichtiges und auch ein entscheidendes zum Teil, aber das hat ganz viele verschiedene Sichtweisen, wann man wie viel Geld verlangt, wann man wie viel Geld bekommt, warum man was macht und da schauen wir mal, wohin uns die Reise führt, oder? Was meinst du? Naja, das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund sehr interessant, weil das, was du machst, habe ich ja in Ansätzen vor 10, 15, 20 Jahren auch gemacht. Mittlerweile mache ich das fast gar nicht mehr. Ich mache halt andere Jobs. Und so einen Job hatten wir letzte Woche fast zusammen gehabt, hätte ich jetzt, wäre ich jetzt nicht krank geworden. Und da kam man nämlich auf Geld. Also ich spiele ja viele Events, wo, was heißt viele, aber einige, wo bestimmte Ensembles zusammengestellt werden, also im Business-Bereich und da gibt es natürlich andere Gagen als im kirchlichen Bereich oder im, ich sag mal, im Konzertanten-Mucken-Bereich. Das ist teilweise sehr unterschiedlich und das sind auch teilweise sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und das sind einfach Mikrokosmen. Jeder schwirrt so in seinem eigenen Universum und weiß dann überhaupt nicht, was der andere macht. Das merke ich immer dann, wenn ich junge Musiker für meine Projekte engagiere oder wenn ich dann auch mal wieder gefragt werde für eine Kirchenmucke oder was auch immer. Also ich glaube, das ist interessant, dass wir diese zwei Seiten heute mal gegeneinander stellen, weil die gibt es halt maßgeblich. Also einmal den kompletten freien Sektor, und dann den Sektor, der an irgendwelche, ich sag mal, weitestgehend musikalischen oder pädagogischen Institutionen gebunden ist. Jo, okay, mit was fangen wir an? Ja, pass auf. Bevor wir jetzt, wir haben immer so die Vorgehensweise, dass wir versuchen, alle mitzunehmen. Ich glaube, das wird wahnsinnig langweilig, wenn wir nicht direkt mal hier was auf die Orgel schmeißen. Also, unter was spielst du ein Konzert nicht? Entschuldigung, beziehungsweise, das war blöd formuliert, was muss ich dir mindestens zahlen, damit du als Trompeter abends ein Konzert spielst im Orchester? In welchem Orchester? Im Profi-Orchester oder im Laienorchester? Das ist mir total wurscht. Das müsst ihr schon genau definieren, weil das ist ganz, ganz schwierig. Ja, ich weiß, ich weiß, aber dann kommen wir in Teufelsküche. Also, natürlich, pass auf, es gibt fünf Gründe, warum man ein Gig zusagt. So, ihr liebe Leute da draußen, ich habe ja auch einen Bandmanagement-Workshop. Ich kürze das mal ab, weil dann können wir nämlich viele Sachen heute abkürzen. Das Soziale, ich spiele gerne mit Leuten zusammen, die ich mag. Geld, ganz profan, aber wichtig. Ich möchte was lernen, ich möchte mich musikalisch weiterentwickeln. Also, die Musik an sich, die Qualität der Musik. Ruhm und Ehre, ja, ein bisschen Stolz gehört ja auch dazu. Und last but not least, hätten wir dann noch Kontakte im weitesten Sinne, Networking. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sind jetzt mal so die allerwichtigsten. So, und das ist jetzt ja genau der Punkt. Wenn du andere Prioritäten bei einem Gig hast, ist die Gage nicht so wichtig. Ja, dann sagst du vielleicht, mir ist das Soziale aber lieber, oder mir ist das Musikalische aber wichtiger, deswegen mache ich es jetzt mal für weniger. So, und das ist jetzt genau der Punkt, an dem wir uns befinden. Das ist natürlich auf Messerschneide. Gerade, wenn man auch in unserem Alter ist, oder man ist halt nicht mehr Student, dann hat man manchmal Probleme, bestimmte Entscheidungen zu rechtfertigen, weil andere Leute dann irgendwie, die das mitkriegen, denken, hä, wieso macht der das jetzt? Und wahrscheinlich zielt deine Fragestellung daraufhin ab. Ja, okay. Also, bevor wir da am heißen Brei reden, also ich sage einfach mal, was so Sache ist. Wenn ich für ein Orchester oder Theater gefragt werde, dann gibt es bestimmte Aushilfssätze, was jedes Orchester hat. Das Theater in Passau, wo ich am meisten mittlerweile auch spiele, weil ich in der Nähe wohne, die zahlen 90 Euro für eine Probe plus Fahrtkosten und für eine Vorstellung 140 Euro plus Fahrtkosten. Wobei das ein Spezialfall ist, weil bis vor kurzem haben wir für 66,50 Euro die Probe gespielt. Probe dauert bis zu drei Stunden und Vorstellung für 100, was war das, 110, 115 Euro. Also, das war wirklich irgendwie skandalös und die letzte Gagenerhöhung war von 2006, also vor der aktuellsten Gagenerhöhung und sie wollten die Gagen erhöhen, aber haben die Gagen nur, also zwar für alle erhöht, aber wir wären, weil wir so nah dran sind, hätten eine geringere Erhöhung oder geringe Gagen erhalten, weil wir ja vor Ort sind. Und da haben wir uns dagegen gewehrt und haben tatsächlich zwei Wochen gestreikt. Also, wir haben einfach nicht gespielt, obwohl sie uns angefragt hätten, obwohl sie uns gebraucht hätten. Und dadurch haben wir erwirkt, dass wir dieselbe Gage bekommen wie die, die von weiter her kommen. Also, weiter her ist in dem Fall mehr als eine Stunde Anreise. Weil wir gesagt haben, wir wollen uns das nicht bieten lassen, wir sind immer vor Ort, wir springen ein, wenn Not am Mann ist und dann wollen wir doch mindestens das Gleiche haben wie die anderen, die von weiter her kommen, und die natürlich auch zusätzlich mehr Fahrtkosten bekommen. Also, da haben wir uns ein bisschen durchgesetzt, aber das ist natürlich immer noch viel zu wenig. Wir haben ganz viele Zahlen gewälzt im Vorfeld, was wir verlangen können vom Theater. Das Problem ist die rechtliche Grundlage. Es gibt im Moment noch keine rechtliche Grundlage, die uns in die Situation bringt, irgendwie wirklich zu verhandeln. Also, im Grunde kann jeder seine eigene Gage mit dem Theater ausmachen als freischaffen. Und das führt natürlich zu skurrilen Sachen, dass manche halt wirklich ihre Privattarife im Theater haben und dann irgendwie 5 Euro mehr kriegen wie der andere. Bloß der andere weiß das nicht. Also, und da gibt es ganz, ganz seltsame Konstellationen. Es kommt natürlich darauf an, ob das Theater das auch mitmacht oder nicht. Okay, jetzt muss man aber trotzdem für diejenigen, die davon keine Ahnung haben, noch mal kurz ein paar Sachen erklären. Zu so geringen Gagen kann man natürlich eigentlich nicht spielen. Das macht ja nur Sinn, wenn man sehr viel in diesem Haus macht, wenn man auch andere Sachen damit verknüpfen kann, wenn sich dadurch vielleicht auch andere Kontakte ergeben, wenn der Arbeitsaufwand nicht so groß ist. Ganz genau. Dann macht es Sinn. Der Arbeitsaufwand für zu Theaterjobs ist relativ gering, weil man ja da auch die Proben hat und man muss dann in der Regel nicht besonders viel vorbereiten. Das ist jetzt was anderes, wenn ich jetzt ein ganzes Programm zusammenstellen muss und schwere Stücke üben muss und so. Also, das ist in dem Fall jetzt nicht so. Aber natürlich haben wir auch Reisen, weil wir auch auswärts spielen und da geht natürlich schon viel Zeit drauf. Und wenn wir dann auswärts spielen, dann haben wir eine Stunde Anreise, dann muss die eine Stunde vorher da sein. Das dauert ein Stück, in der Regel so zweieinhalb bis drei Stunden und dann bist du halt dann irgendwann Mitternacht zu Hause, bist du aber am späten Nachmittag schon losgefahren. Also, da relativiert sich die Gage natürlich schon wieder wesentlich. Also, die Gage von den Theatern, um abzuschließen, hängt natürlich auch von der Größe des Theaters ab. Entschuldigung. Es gibt da verschiedene Kategorien. C, D, B und A. Und dann gibt es noch diese anderen Superorchester, die zahlen natürlich unter Umständen mehr, aber oft auch gar nicht. Ja, und das ist dann wirklich irgendwie krass, was manche Orchester an Aushilfsgagen zahlen. Und die Diskussion ist zum Glück so weit, dass Bewusstsein immer mehr dafür geschaffen wird, auch die Aushilfen mitzunehmen. Das hat auch irgendwie Corona dazu etwas beigetragen. Aber die Festangestellten werden sich oft tatsächlich dagegen, dass die Aushilfen besser bezahlt werden. Und zwar das Argument, jetzt müsst ihr euch festhalten, ist, ja, wenn die Aushilfen so viel kriegen, dann lohnt es sich für mich ja gar nicht, Privataushilfen einzukaufen. Also, die Möglichkeit gibt es auch, dass man, wenn man irgendwie verhindert ist, aus welchen Gründen auch jemand, dann kann man für sich jemanden einkaufen. Also, es wird zwar nicht gern gesehen, aber es wird ab und zu gemacht. Und die Argumentation ist tatsächlich, ja, die verlangen ja dann zu viel. Und ich kann mir das nicht leisten, als Festangestellter dem Freischaffenden mehr Geld zu geben, weil es lohnt sich ja für mich dann gar nicht mehr. Also, so eine Argumentation ist natürlich haarsträubend und entbehrt jeglichen menschlichen Verstand. Das ist ja Kindergarten, weil ich meine, dann müssen sie halt den Gig, den sie sonst spielen, nicht spielen. Fertig. Genau, das Problem ist nämlich, wir Freischaffende müssen natürlich sämtliche Sozialabgaben davon zahlen. Und wir haben uns erst mal ausgerechnet, dass wir zum Teil unter dem Mindestlohn spielen, wenn man wirklich alles mit abzieht. Und das wollten wir uns natürlich dann eben nicht mehr bieten lassen. Okay, aber ich muss trotzdem nochmal, weil du jetzt, weißt du, du erzählst gerade aus dieser Orchesterblase heraus und die meisten Leute haben da überhaupt keinen Plan von. Was total wichtig ist natürlich, du unterrichtest ja auch viel und du machst ja teilweise deine Unterrichtsjobs noch bevor du so einen Orchesterjob hast. Also teilweise ist es ja sogar so, dass du beides an einem Tag machst. Ja, klar. Ja, eben, ja, klar. Den meisten ist das überhaupt nicht klar, weil die fragen sich nämlich jetzt gerade, hä, wenn der für 120 Euro spielt, dann lohnt sich das doch überhaupt nicht. Ja, das lohnt sich dann nur in der Verbindung, weil du vielleicht am Theater vor noch vier Privatschüler hast oder disses oder disses oder jenes ist. Das heißt, du gehst an dem Tag dann trotzdem irgendwie mit einem Umsatz, sag ich jetzt mal, von 300 Euro nach Hause. Ja, das wäre eher selten der Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr verschieden. Es kommt auf die Tage an, es kommt darauf an, was sonst noch drumherum ist. Ja, klar, sag ich ja. Also es kann man pauschal überhaupt nicht sagen. Also es ist wie immer eine Mischkalkulation. Und so Orchesterjobs, wie du vorhin gesagt hast, da hängt oft ein ganzes Projekt dran. Ja, dass man halt dann irgendwie für eine ganze Woche gebucht ist und dann mehrere Konzerte spielt oder die Produktion dann über ein halbes Jahr läuft und dann mal immer wieder dann spielt. Das sind halt so Sachen, die halt dann auch mit eine Rolle spielen. Ich muss jetzt aber trotzdem noch mal genauer in das Gagendetail rein, weil wir sind nämlich jetzt gerade schon wieder, wir verlieren uns im Musikeralltag. Aber die meisten interessiert natürlich, was gibt es denn überhaupt für Gagen, was gerechtfertigt und was ist auch skandalös? Ich meine, das Skandalöse haben wir gerade gehört. Ja, jetzt sagen natürlich... Ja, und ich finde das skandalöse, Entschuldigung, das auch, dass das oft staatliche Orchester sind. Die werden öffentlich finanziert. Das ist öffentliches Geld. Ja. Ja, das ist irgendwie kein Privatunternehmen, was du irgendwie schauen musst, dass das irgendwie kostendeckend arbeitet. Nein, das wird aus der öffentlichen Hand finanziert und das wird einfach so gut wie gar nichts irgendwie an die freischaffende Szene weitergeben. Die festangestellten Musiker, die sind im öffentlichen Dienst. Die kriegen jedes Jahr ihre Steigerungen. Die streiken übrigens gerade wieder mit Verdi zusammen. Das ist alles okay. Also ich finde die Bezahlung im Orchester grundsätzlich nicht zu viel für das, dass man ewig studiert hat und wirklich Höchstleistung bringen muss. Also da, ich kann mich an meinen Einstiegsgehalt erinnern in ein B-Orchester. Das waren 1.400 Euro netto mit einer ganzen Stelle. Ja, also das ist, aus der Wirtschaft, die lachen die Leute ja, das ist Einstiegsgehalt bei 5.000 Euro. Also das war vor 20 Jahren schon so. Also als Musiker, da bist du wirklich irgendwie relativ weit unten in der Nahrungskette. Das muss man ja provokant zu sagen. Aber es gibt ja immer zwei Seiten. Und jetzt sagen natürlich die Gegner oder diejenigen, die gegen argumentieren, sagen natürlich, das musst du ja nicht machen. Kannst du ja was anderes machen. Das höre ich ja seit 30 Jahren. Und das ist ja der Grund, wieso ich dann auch irgendwann für mich gesagt habe, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust mehr für 150 Euro zu spielen. Oder für 120. Das mache ich einfach nicht mehr. Und diese Entscheidung habe ich... Ja, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich mache auch Jobs für 50 Euro. Ja, wenn ich weiß, das ist, wie du vorhin gesagt hast, mit coolen Leuten, mit netten Leuten. Das ist ein Freundschaftsdienst. Das macht Spaß. Das ist kein Aufwand. Und das kommt immer auf die Umstände an. Jetzt sind wir bei der freien Szene. Ja, also ich habe schon Sachen gemacht mit wirklich Weltklassenleuten zusammen für 50 Euro am Abend. Aber da habe ich halt dann andere Prioritäten für mich gesetzt und beschlossen, okay, das Geld ist mir jetzt in dem Fall nicht wichtig. Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich davon lernen kann. Ja, klar. Weil ich neue Leute kennenlerne. Und so Sachen. Und um auf unseren letzten potenziellen Gig, wo wir doch nicht zusammengespielt haben, zurückzukommen, das war jetzt auch kein Riesengeschäft für mich. Ja, das hört sich vielleicht viel an, die Gage am Tag. Aber ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich bin um 5 Uhr, um 6 Uhr aufgestanden und war irgendwie Mitternacht zu Hause. Ja, also für die Tagesgage, da machen andere nicht mal einen Koffer auf. Ja, klar. Und was gab es? Es gab 300 Euro. Also, genau. Das ist mir alles total klar. Trotzdem müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr ins Detail. Also, das waren gerade die Orchestersachen. Die Orchestersachen oder auch die Orchestersachen für Freie. Das darf man ja auch nicht vergessen, weil die Freien, wenn die irgendwo aushelfen, wahnsinnig viel mehr kriegen die ja auch nicht. Also, da sind die Sätze, wenn ich jetzt hier ein Musical spiele, bekomme ich 200 Euro. Wenn es richtig gut läuft, bekomme ich 250. Und das ist schon viel. Also, ich kenne Häuser, da wird weniger gezahlt. Das mal nur so am Rande. Interessant wird es jetzt aber, was man jetzt als Einzel, also, wenn man Musiker, wenn man als Musiker einen Marktwert hat und jetzt mal abgesehen von den Dingen, die man der Musikwillen und des Lernenswillen macht, um des Lernenswillens macht, der spielt mehr ganz oft. Das ist dann wie eine Fortbildung. Man spielt umsonst, man trifft Leute. Das kann man aber auch nicht ewig machen. Ja? Ich meine, ich habe das ja auch zehn Jahre lang gemacht. Habe dann aber für mich irgendwann beschlossen, ich mache das jetzt nicht mehr oder ich stampfe das jetzt sehr ein, weil dann ging jedes Wochenende drauf und dann habe ich zwar was gelernt, aber habe keinen einzigen Cent verdient. Und erholt habe ich mich auch nicht. Also, ich glaube, das ist auch eine Sache, die dann altersabhängig ist und natürlich auch leidenschaftsabhängig. Das ändert sich ja auch. Also, die Leidenschaft für bestimmte Genres ändert sich ja. Bei vielen, jetzt nicht bei allen, aber bei mir zum Beispiel. Und dann ist halt die Frage, wie kommt man jetzt an Jobs, die gut bezahlt sind und wie geht man mit diesen Jobs um? Und ich arbeite ja ganz anders als du. Ich werde ja kaum noch von irgendwelchen Klangkörpern angerufen, sondern mache in der Regel nur mein eigenes Zeug und spiele dann ein paar Business-Gigs nebenher. Und bei den Business-Gigs ist es natürlich ein ganz anderer Schuh. Da gibt es erstmal, ich sage mal so, für einen Business-Gig hast du einen Grundsatz leer von 500 Euro am Tag. Pi mal Daumen. Wenn du einfach als Einzelmusiker angerufen wirst, also wenn ich jetzt irgendwo einen Coverband-Job habe oder wenn ich irgendwo einen Solo-Job habe, die absurdesten Sachen. Ich sollte schon mal ein Latino-Solo für Havanna-Zigarren irgendwie im Steigenberger in Frankfurt spielen. So. Wie ich da hin, wirklich eine Minute lang irgendein improvisiertes Latino-Trompet-Solo gespielt, gab 500 Euro, bin ich wieder gefahren. Also das sind da so die Standards. Alles andere, was dann davon abweicht, was weiß ich, ob man dann jetzt noch ein Ensemble organisieren muss oder noch Notenmaterial organisieren muss oder ob man sagt, ich habe dieses Budget, ich könnte das jetzt mit einem Duo machen, ich mache es aber lieber zu dritt, weil es dann cooler ist, so wie wir das zum Beispiel jetzt in Frankfurt gemacht haben, dann ändern sich die Preise natürlich wieder. Aber grundsätzlich hast du in dieser ganzen Business-Szene hast du da Preise, die sind zwischen 500 und 600 Euro für einen Einzeljob. Und dann spielst du natürlich auch oft Mist, also du musst oft Sachen machen, die dir musikalisch keinen Spaß machen oder nur bedingt, wo du nicht viel lernst. Aber du verdienst halt das Doppelte und pennst halt in einem netten Hotel und fährst mit der Bahn wieder heim und sitzt halt nicht drei Tage in der Kalten Kirche. Oder fährst dann halt nicht irgendwie fünf Tage im Bandbus durch halb Mitteldeutschland und kommst wieder krank nach Hause. Also es gibt immer diese zwei Seiten. Ja, und das Leben besteht eben aus den zwei Seiten und es gibt weder das eine noch das andere, sondern das ist immer eine Mischkalkulation. Und das ist ja das, was unsere Jobs auch interessant macht. Und noch zwei Nebenaspekte. Also in der klassischen Szene gibt es natürlich auch spezielle Nischen. Wenn man da reinkommt, da kann man auch richtig Schotter machen. Zum Beispiel die alte Musikszene. Ja, wenn man da ganz gut im Geschäft ist, dann kann man Preise aufrufen, die sind jenseits von dem, was wir uns vorstellen können. Also das wird dann einfach gleich mal schnell vierstellig für zwei Konzerte. Ja, und das hat natürlich auch was damit zu tun, wieso die Szene etabliert ist oder wieso der Stellenwert, also sowohl Stellenwert wie auch Wert der Musik gesehen wird. Und gerade diese alte Musikszene besteht aus vielen Spezialisten, die zum Teil vor Jahren schon einfach finanzielle Maßstäbe da reingebracht haben, die heute noch gültig sind, weil das einfach verlangt worden ist. Und die Leute wissen, wenn ich das und das haben will, diese spezielle Art von Musik, von Musikern, dann kostet das einfach einen Haufen Geld. Und so ist es ja auch mit, die Szene gibt es fast gar nicht mehr, aber mit guten Studiomusikern, die haben halt auch andere Preise, wie jetzt jemand, der halt irgendwie für einen Aushilfsjob irgendwo schnell mal angefragt wird. Und die andere Sache ist, die ich auch noch mit reinbringen will, ist, was oft auch irgendwie von manchen Kollegen verwechselt wird, ja, wenn es wenig Geld gibt, dann spiele ich Mist und wenn es viel Geld gibt, dann spiele ich dann gut. Ja, also das kommt für mich und für dich natürlich auch nicht in Frage. Also egal, ob es viel oder wenig Geld gibt, wir spielen immer so gut, wie es geht, weil es geht immer auch um die Sache. Ja, klar. Ich meine, das wäre ja schlimm. Dann könnte ich meinen Job überhaupt nicht mehr machen. Also dann würde ich das Ding an den Nagel hängen. Also das finde ich das Allerletzte. Nein, wenn man zugesagt hat, ist man all in. Und zwar mit der ganzen Energie, die man hat. Zumindest, ich sage mal so, es ist jetzt natürlich sehr idealistisch, aber klar gibt es Unterschiede im Engagement, aber nicht Unterschiede bei der Erwartungshaltung der eigenen Leistung im Endprodukt, sagen wir es mal so. Also natürlich bereite ich mich auf einen Gig, der wahnsinnig wichtig ist, wo meine Reputation von abhängt, anders vor, als auf einen Rock'n'Roll-Gig im Club, den ich schon 50 Mal gespielt habe, wo ich das Programm kenne. Das ist schon was anderes. Dennoch möchte ich natürlich, also ich will damit sagen, es gibt Gigs, die kosten nicht wahnsinnig viel Energie und es gibt Gigs, die kosten nicht so gut wie keine Energie. Und das ist auch total wichtig, weil wenn nicht jeder Gig wahnsinnig viel Energie kosten würde, dann könnte man diesen Job überhaupt nicht machen. Ich meine, das wäre, das wäre, das ist dann einfach wirklich, also wenn du das Resilienz-mäßig nicht mehr verpacken kannst, also wenn du immer nur auf dem Schleudersitz sitzt, Platz genommen hast, also wie das teilweise bei ersten Trompeten im Orchester ist, im A-Orchester ist die dann, die sich dann nach kurzer Zeit schon wieder auf die zweite setzen lassen, weil die nämlich dann auch gerne ein Familienleben haben möchten und nicht jeden Abend denken, Gottes Willen, jetzt muss ich das schon wieder machen, da darf nichts schief gehen. Das ist halt Stress und man braucht eben Gigs, die keinen Stress sind und die trotzdem Geld abwerfen. Das habe ich für mich beschlossen, das finde ich total wichtig und ich hatte, weißt du, ich hatte vor einiger Zeit mal mit dem Kumpel eine Rechnung, ja Mensch, aber da musst du ja, wenn du, also eigentlich muss man ja als Musiker, man ja jeden Tag irgendwie einen Job von 250, 300 Euro, damit es überhaupt funktioniert. so und da meinte ich so, nö, brauchst eigentlich einmal die Woche einen, der 1000 abwirft, dann macht es viel mehr Sinn. Ja, das wäre natürlich der Idealfall, wenig spielen und dafür einen Haufen Geld kriegen. aber es gibt ja, aber leider ist es halt nicht so, wir können es uns oft nicht aussuchen, manchmal ist es viel, manchmal ist es wenig. Aber, 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 ich finde, das ist nicht ganz richtig, weil du hast ja eben schon gesagt mit den Kollegen von der alten Musik, die haben eine Wertigkeit, hingestellt, die akzeptiert werden musste. Und wenn du bestimmte, wenn du ein bestimmtes Angebot hast, wofür du bekannt bist, dann kannst du dafür ja auch dein Geld verlangen. Also oft ist es einfach nur eine Frage der Kommunikation, eine Frage der Reputation. Ich meine, das sehe ich ja auch jetzt hier über meinen Kanal. Also ich meine, die Leute haben teilweise Manschetten, mich anzurufen wegen Unterricht, weil sie denken, ich sei irgendeinen Internetstar. Bist du doch, oder? Da muss ich immer schmunzeln. Also ich mache nichts anderes als meinen Job, nur habe ich den halt ins Außen verlagert, habe den digitalisiert. Das ist alles, was ich gemacht habe. Aber deswegen kommen Leute teilweise aus Rostock zu mir und nehmen Unterricht. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist in der Musik oder bei den Gagen natürlich genau das Gleiche. Wenn du, weißt du, wenn du, wenn du, wenn du keinen Bock auf einen Job hast, dann ist für mich immer die Regel, dann muss ich so viel nehmen, dass es mir peinlich ist, es auszusprechen. Und wenn er dann, wenn er dann gebucht wird, dann habe ich wenigstens das Geld. Ja, da gibt es ja dann nicht die Geschichte mit Marilyn Monroe, die irgendwie für ein Silvester-Gala bei irgendeinem reichen Schnösel eine Million Dollar verlangt hatte und nie damit gerechnet hat, dass sie das auch machen muss und dann wurde ihr das gezahlt. Ich glaube, das war sogar... Gab es doch irgendwie mal so eine Geschichte, oder? War das nicht sogar Beyoncé? Naja, also ich glaube, Marilyn Monroe hat da auch mal sowas gemacht. Also wie ist das nicht? Also ich weiß nicht, also sowas gibt es auf jeden Fall. Ja klar, ich kenne es auch aus der klassischen Szene, aber das muss ich halt auch alles erst entwickeln. wenn man jung ist, da macht man halt auch alles. Ja, und ich sage auch jedem, nimm so viel mit, wie geht. Ja. Ja, Erfahrung sammeln, Netzwerken, Stücke kennenlernen, Situationen kennenlernen, das ist unbezahlbar, auch wenn es da irgendwie nicht viel Geld dafür gibt oder nur ein paar Kröten. Das ist wurscht. Aber jetzt sind wir in einem Alter, wo wir wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht, also für uns, was wollen wir, was wollen wir nicht? Und dann können wir natürlich irgendwie auch anders argumentieren und haben auch uns irgendwie einen gewissen Ruf erarbeitet und ein gewisses Standing erarbeitet und da wissen die Leute dann oft schon auch, ja, ich rufe jetzt den Speziellen an, um das und das zu kriegen. Und das ist natürlich eine andere Situation, wie wenn man jetzt irgendwie aufstrebend ist und sich erstmal in seiner Rolle da zurechtfindet. Klar, und hinterher hast du ja auch noch eine doppelte Rollenverteilung. Also wir reden ja einmal von dem reinen Musiker, der quasi als Söldner irgendwo angerufen wird und dazu kommt, ja, wie ein handwerklicher, musikalischer Dienstleister, sage ich jetzt mal, der wird ja einfach bezahlt, weil er eine künstlerisch-handwerkliche Tätigkeit ausführt, für die aber auch jederzeit jeder andere angerufen werden könnte. Und wenn du dann so austauschbar bist, dann hast du natürlich überhaupt keine Verhandlungsposition. Also, das ist, ja, und das ist das Dilemma von diesen Aushilfsjobs in Orchestern. Ja, wenn du nicht kannst oder wenn du sagst, nee, ich will mehr Geld, dann wird einfach der Nächste angerufen und der kommt dann aber auch für die Gage. Ja, genau. Das ist, ja, also das ist halt immer so eine Abwägung auch gerade mit so Institutionen, wie verhält man sich da. Das ist genau und das ist aber genau der Punkt und wenn du aber eher ein Solo-Künstler bist, der bestimmte Dinge anbieten kann, die jeden anderen vielleicht nicht anbieten kann oder der sich bestimmte Ensembles erarbeitet hat oder der Kontakte hat oder der vielleicht dann noch ein Stück arrangieren kann oder der, sagen, oder der ein zweites Instrument spielt und, 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 und. Also, wenn du dich durch irgendetwas auszeichnest, wo du eben nicht so leicht ersetzbar bist oder wo der Veranstalter einen Benefit davon hat, dass er dich anruft, dann hast du eine andere Verhandlungsposition. Und du hast erst recht eine andere Verhandlungsposition, wenn du selbst Bandleader bist. Das ist ja das, was ich mache. Und, und das finde ich dann natürlich irgendwann auch, das hat wiederum dann ganz andere Stressfaktoren und Nachteile, aber man fühlt sich dann zumindest nicht mehr so ausgeliefert, dieser, dieser Beliebigkeit, dieser Austauschbarkeit. Das finde ich persönlich ganz angenehm. Also irgendwann vermischen sich da die Rollen zwischen Musiker, Bandleader, Komponist, Arrangeur. Aber wie du schon sagst, das braucht Jahre, das braucht Zeit, wo diese Dinge dann Kontur und Form annehmen. Als junger Musiker, als junge Musikerin ist das natürlich was anderes. Da musst du halt spielen, was du kriegst. Ja, aber das heißt nicht, dass man irgendwie sich alles gefallen lassen darf. Und man darf auch irgendwie gern auch mal frech sein in Gagenverhandlungen und einfach mal schauen, was dann passiert. Und da lernt man ja auch was dabei, was auch ganz wichtig ist für das spätere Berufsleben. Die Sache ist die, wer als erstes den Mund aufmacht, hat eh verloren. Also wenn du gefragt wirst, was du kriegst und du gehst dann auf Nummer sicher, hast du immer 100 Euro verschenkt. Fast immer. Das ist einfach immer so. Und ich habe einmal, einmal war ich frech, war ich wirklich frech, weil es mir egal war. Und da habe ich eine unverschämte Gage aufgerufen. Ja, und da haben die einfach Ja gesagt. Da musst du dich... Du warst immer noch zu günstig. Ja, aber ich habe da aber auch einen Preis für bezahlt. Das ist, ich will die Story jetzt nicht erzählen, aber es war eine Beerdigung. Ja, aber sie haben es halt gezahlt. Und ich hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf den Job. Aber dann hatte ich wenigstens das Geld. Und das ist halt genau der Punkt. Also wenn man eine klare Ansage macht, ich hätte gerne dafür das und das, ganz am Anfang, dann steigt die Reputation, dann steigt die Wertigkeit deiner wahrgenommenen künstlerischen Persona. Die steigt automatisch. Das ist reines Marketing, obwohl du überhaupt nichts dafür gemacht hast. Allerdings muss dann auch was... Ja, kommt auf an, kommt auf an. Naja, es muss dann aber was kommen. Also der Haken ist, wenn du so eine große Schnauze hast, dann musst du auch liefern. Schlimm ist die Kombination, wenn du das Maul so weit aufgerissen hast und dann nicht lieferst. Ja, aber wir können auch genug Leute, die dann nicht liefern und trotzdem sich als die Größten verkaufen. Und das wirkt dann auch bei einigen. Ja, aber bei der Trompete ist das so eine Sache. Also ich hatte zum Beispiel mal... Oh, ja, da kann ich mich noch erinnern in der Vergangenheit. Und zwar auch irgendwie schwierige Piccolo-Sache. Und ich hatte einen Kollegen angerufen, einen Spitalisten, der meinte, ja, das muss ein Pro machen. Schon ewig her. Und daher, es kostet so und so viel. Dann hatte er da eine Gage-Augrufen, die sich gewaschen hatte. Er hatte viel mehr bekommen als alle anderen. Piccolo-Solism im Orchester. Und dann hat er verkackt. Aber komplett. Also da kam die Hälfte der Töne war einfach nicht da. Warum? Weil er zwei Wochen vorher im Urlaub war. Und da habe ich mir dann ja auch die Frage gestellt, weißt du, weil ich stand dann natürlich doof da, weil ich habe ich habe ihn dann durchgedrückt. Und der hat das einfach auf die leichte Schulter genommen und hat halt es hat mit wehenden Fahnen untergegangen. Ja. So war das. Gut, aber das war halt dann das erste und letzte Mal, dass er da gespielt hat. Eben. Das ist ja genau der Punkt. Das heißt, wenn du sowas machst und dann spricht sich das halt wahnsinnig schnell rum. Das heißt also, wenn du wenn du ein großes Maul hast und wenn du was verlangst, dann musst du super vorbereitet sein und musst auch absolut professionell in der Vorbereitung im ganzen Handling. Das heißt nicht, dass dir kein Fehler passieren darf, aber dieser dieser ganze Vierlefanz, der darf dir nicht passieren. Ja, das ist klar. Ja. Ja, uns ist das klar. Ich erlebe immer wieder Sachen, wo ich denke, weißt du, hast du eine Gage kommuniziert und hast eine Probe kommuniziert und dann ja, und dann kommst du zur Probe und weißt du, und die Hälfte der Leute haben sich nicht mal das Zeug angesehen. Dann denke ich halt auch. Ja, aber das gibt es leider überall. Also da gibt es so viele Geschichten aus den besten Ensembles dieser Welt. Da läuft auch nicht immer alles rund und da gibt es auch immer viele Interessenkonflikten. Die einen sind vorbereitet, die anderen nicht. Die anderen wollen nur die Kohle kassieren. Die anderen wollen gute Musik machen. Also das ist immer ein Interessenkonflikt. Den gibt es überall in jedem Ensemble. Also ich habe da noch kaum was anderes gehört. Ja, den gibt es ja im Prinzip auch in jedem Team. Es ist ja in jedem Arbeitskontext ist das ja so. Aber bei Musik tut es halt besonders weh, weil da für einen Teil der Leute halt wahnsinnig viel Herzblut reinfließt. Weil das ja eine Sache ist, weißt du, mit der du dich identifizierst, das ist ja deine Leidenschaft. Und es gibt nichts Schlimmeres als eine Kunst auszuüben mit Leuten, die da leidenschaftlos drangehen. Mir zieht das immer den Boden oder den Füßen weg. Ich denke dann immer, okay, dann denke ich jetzt will ich nur ans Geld. Also das ist dann, ich finde es sehr schwer, also für wenig Geld zu spielen ist das eine, aber mit Leuten zu spielen, die auf das, was sie da machen, keinen Bock haben, das finde ich noch viel schlimmer. Das stimmt, ja. Also das hat dann überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was wir da eigentlich wollen und was dann eigentlich Spaß macht und was eigentlich der Sinn der Sache wäre. Ich sehe es ja auch in vielen Orchestern so, weil die Leute haben einen super Job und sie können nichts anderes wie jammern, wie viele Dienste haben und wie wenig Freizeit und es gibt immer was zu jammern. Man kann immer sich beschweren über alles, aber ihr habt euch den Job ausgesucht und wenn ihr keinen Bock auf den Job habt, dann geht nach Hause, dann macht was anderes. Aber ich meine, es gibt so viele Leute, die hätten gerne einen Orchesterjob oder eine Festanstellung und die würden alles dafür tun und solche Plätze werden dann belegt von Leuten, die da irgendwie eigentlich überhaupt keinen Bock drauf haben. Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Aber so ist es halt überall. Das ist ein Job und mit seinen Vor- und Nachteilen und da werden wir die Menschen auch nicht mehr ändern können. Schönes Wort zum Sonntag. Machen wir mal einen Deckel drauf, würde ich sagen. Alles klar, keine. Aber das ist natürlich ein ausuferndes Thema. Ich meine, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge von Ich merke jetzt gerade schon, dass ich die Hälfte der Anekdoten, die ich erzählen wollte, auch einfach vergessen habe. Habe ich nicht erzählt. Aber das macht auch alles gar nichts. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr erstmal und einen guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Wir haben heute jetzt, kurz vor Weihnachten, 14. Dezember, nehmen wir heute die Folge auf und mal gucken, wann sie rauskommt. Wir wissen es noch nicht so genau. aber in diesem Sinne alle Links. Die komplette Werbung natürlich wieder im Anhang unter dem Video oder auch in der Discretionbox auf Podcaster beziehungsweise Spotify. Und ich sage erstmal Tschüss und sage vielen Dank an dich, Georg. Alles klar, gerne. Und an euch alle auch liebe Grüße und lasst euch gut gehen und bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Todos. t Tschüss. anten Tschüss. T Tschüss. Bis zum nächsten Mal.